Wenn ich in 5 Verschritten zähle und bei 179 anfange, welche Zahlen sage ich? Wähle alle Zutreffenden aus. Wir rechnen also zunächst mal 179, 179 plus 5. Und ich mache das immer so, ich rechne 179 plus 1 plus 4. 179 plus 1 ergibt hier 180. Plus 4 ergibt 184. 184 als die erste Zahl, die rauskommt. Schreiben wir mal hier unten hin. Und jetzt addieren wir wieder 5 an der einen Stelle. 4 und 5 ergibt 9. Also 184 plus 5 ergibt 189. Und jetzt machen wir weiter. 189 plus 5. Machen wir das gleiche wie hier oben. Das ist 189 plus 1 plus 4. Das ergibt hier wieder 190. 199 plus 4 ergibt 194. Also ist die nächste Zahl 194. Plus 5 an der einer Stelle. 4 plus 5 ergibt 9. Also kommen wir auf 194 plus 5 ist 199. Und 199 plus 5 macht das gleiche wie hier oben. Das ist wie 199 plus 1 plus 4. 199 plus 1 an der einer Stelle. Und 9 ergibt 10. Also insgesamt 200 plus 4 ergibt 204. Und jetzt sehen wir mal, welche Zahlen hier zutreffend sind. Mit 184 hatten wir die. Jawohl, die waren hier. 186, nee. 186 hatten wir nicht. Aber 189. 189 haben wir hier. Und dann kam auch schon die 194. Also war diese hier richtig. 197 sehe ich hier nirgendwo. 199 hatten wir dann wieder. 201 hatten wir nicht. Aber 204. Diese 5 hier sind zutreffend.